So, bevor das eigentliche Video losgeht, das ist wie gesagt mein Map-Tier-Ranking von MW2 und wie gesagt war eigentlich zu einem anderen Anlass gedacht, deswegen wird das Intro, was ihr gleich hört, ein bisschen verwirrend sein, aber im Zuge der jetzt kommenden Re-Releases von den MW2-Maps in MW23, dachte ich, ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal wirklich hier festzuhalten und auch mal euch auf YouTube zu präsentieren. Welche Maps mir in MW2 besonders gut oder auch vielleicht weniger gut gefallen haben. Viel Spaß. So Leute, herzlich willkommen zu dem Call of Duty Map-Tier-Ranking, auf das ihr wahrscheinlich am meisten gewartet habt, sprich MW2 heute 14 Jahre Jubiläum, muss mir mal überlegen, was ich nächstes Jahr dann irgendwie mache. Und hier werde ich auch definitiv jede Map raten können, weil das das einzige Call of Duty ist, wo ich die Multiplayer-Maps wirklich auch viel gespielt habe. Also jetzt nicht im Sinne von hunderte Stunden, aber bestimmt schon so 30, 40 Stunden. Also zumindest, sagen wir mal, dass ich so 50 Stunden wirklich mit Map-Packs gespielt habe, vielleicht sogar mehr. Ich würde mal sagen, es war so ungefähr ein Dreivierteljahr, dass ich mit Map-Packs gespielt habe. Na, dann wird es wahrscheinlich schon ein paar hundert Stunden sein, aber davon, ja, spielt man ja nicht 24-7 DLC-Maps. Ähm, ja, wie gesagt, MW2, ein Game mit grandiosen Maps, richtig geil. Also hier werden wir auch das S-Tier auf jeden Fall, wenn wir einige reinpacken können. Aber tatsächlich auch ein paar Maps, wo ich mir denke, what the fuck, warum sind die im Game drin und die ganz klar ins D-Tier gehören. Und, ja, fangen wir einfach mal an. Ähm, Afghan, ganz klar S-Tier-Map. Ähm, so, dann noch S-Tier, auf jeden Fall High-Rise. Und auf jeden Fall auch Skidrow. Machen wir Skidrow, da haben wir Skidrow. D-Tier, auf jeden Fall, ähm, Fuel. Machen wir es. Da. Ähm, D-Rail. Und für mich persönlich auch Karachi. Und, ja, das sind auf jeden Fall die beiden, die Haupt-Tiers, würde ich mal sagen. Der Rest sortiert sich auf einiges in A, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, was auch auf jeden Fall ganz klar ins E-Tier gehört. Ähm, ist wie Trailer Park. Maps wie, ähm... Ja, ne, im S-Tier haben wir noch was vergessen. Und zwar Terminal. Wo ist Terminal? Da ist Terminal. So. Ähm, im A-Tier, dann, äh, kommt da auf jeden Fall noch rein, ähm, Verwähler. Und ich würde auch sagen Scrapyard. Und ich würde sogar noch sagen Subbase. So, im B-Tier. Die DLC-Maps mache ich zum Schluss, deswegen hebe ich mir die mal auf. Also, wie gesagt, klar, wir haben jetzt hier schon, äh, Trailer Park und, äh, Fuel drin. Das sind halt so die klassischen, äh, ja, Maps, die mir ganz klar als beste und schlechteste DLC-Map einfallen. Ähm, dann haben wir hier noch gut in der Mitte, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall, äh, Estate. Dann haben wir hier noch Rundown. Na, da könnten wir noch gucken, ob ich das vielleicht ins A-Tier packe. Ähm... Ja, Underpass eigentlich auch noch. Und Wasteland. Ja, Wasteland ist halt stark lobbyabhängig, aber ich hatte da tatsächlich doch eher spaßigere Runden als nervigere Runden. Ähm, im Seed hier, da kommt auf jeden Fall Quarry rein. Fand ich früher besser, im Nachhinein hat mich die Map mehr genervt. Ähm, dann packe ich da noch Invasion rein. Ich weiß, diese Map hat Fans, vor allem in der Sniper-Community, aber mir persönlich hat die nie so wirklich gefallen. Und sind wir jetzt schon bei den DLC-Maps? Ne, eine Main-Game-Map müssten wir noch haben. Naja, Rust. Ja, ist eigentlich auch keine tolle Map. Die ist halt ikonisch wegen... Also, ja, also sagen wir es mal so, es ist halt die coolste und ikonischste 1v1-Map für mich. Ist halt einen Ticken spielbarer als Shipment. Ist aber nicht so gut... Also, wenn wir jetzt auf normale, teambasierte Modi gehen, nicht so gut spielbar wie Nuketown. Deutlich besser spielbar als Shipment. Also, beim normalen Spielen von diesen ganz kleinen Maps mittelmäßig, aber im 1v1 halt extrem geil. Deswegen packen wir die mal... Packen wir sie mal ins Beat hier. Ähm, so. Und dann haben wir jetzt noch 8 DLC-Maps übrig. Äh, ah ne, Quatsch. Wir müssten noch Main-Game haben, weil ich hab ja DLC-Maps schon... Ah ne, es gibt ja auch 10 DLC-Maps. Ne, 10 DLC-Maps, 2 eingebaut schon, das ist das einzige COD, was mir jetzt gerade einfällt. Äh, was 5... Äh, wirklich normale Maps pro Map-Pack hat, weil es kein Koop-Content gab. Ähm, ja. Was packen wir da rein? Also, ins S-Tier definitiv nichts. Dann packen wir ins Wacant, ins A-Tier. Das hat in, äh, MW2 auch extrem gut funktioniert. Crash wäre so ein Fall fürs B-Tier. Karneval, würde ich sagen, ist auch... B-Tier. Salvage. Ja. Ich bin aber überlegen. Muss ich gleich mal gucken. Also, Strike ist auf jeden Fall auch so ein Fall fürs C-Tier. Das gleiche gilt für Overground. Das gleiche gilt auch für... Ja, wobei, Bailout fand ich immer nervig. Das packen wir sogar ins D-Tier. Ähm, ja. Salvage und Storm. Storm fand ich ein bisschen schlechter als... Salvage, Alter. Salvage. Ähm. Ja. Wobei, wir könnten es so machen. Und Salvage ins A-Tier. Da muss aber auch eigentlich Rundown noch ins A-Tier. Ja, ich glaube... Und Rundown fand ich sowieso auch besser als Underpass und Estate. Also... Kann man, denke ich mal, so lassen. Wie gesagt, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, das innerhalb dieser Tierstufen zu ranken. Weil dann wird es halt wirklich bei 24 Maps ein bisschen schwieriger. Aber, ähm... Ja, ich denke mal... Ich kann mal vielleicht noch kurz sagen, was ich bei jedem... Bei jeder Map gut fand oder nicht so gut. Je nachdem, in welcher Tierstufe die ist. Aber ich denke mal, das Ranking geht so ganz in Ordnung. Also, Afghan ist halt einfach, ähm... Das ist keine klassische Three-Lane-Map. Also, kann man vielleicht so sehen, aber die... Ähm... Es gibt halt nicht so... Die ist halt nicht rechteckig. Da gibt es halt kein klares Links-Rechts-Mitte. Sondern man kann das quasi auch um 90 Grad drehen. Also, äh... Und dann ist die Laufrichtung natürlich eine andere. Also, du hast quasi in... Jede Richtung, in die du läufst, hast du drei Wege. Also, könnte man vielleicht sogar sagen Six-Lane-System. Ich hab keine Ahnung. Ähm... Da, also wie gesagt, und für die Killstreaks halt absolut geil. Ähm... Ich mein, wer irgendwie an dem Flagspawn mal eine AC-130 oder so hatte. Oder auch einen Chopper-Gunner oder so. Weiß, wie unfassbar geil das ist. Highrise. Das ist die Definition eigentlich von Three-Lane-Map. Und das ist eigentlich auch wirklich eine super Three-Lane-Map. Also, die finde ich wirklich... Ist, ähm... Ähm... Ja... Deswegen absolut S-Tier und wer auch S-Tier im Call-of-Duty-Overall-Ranking. Also, ähm... Absolut geil. Die ist für... Ja gut, für AC-130 jetzt mal speziell als Killstreak ist die Kacke. Aber die ist für sonst für Non-Playable-Killstreaks. Funktioniert die wunderbar nebenbei. Und die ist als, ähm... Ja, Gun... Run-and-Gun-Map ist die halt auch unfassbar geil. Und die Spawn-Locations und da auch teilweise zu flankieren untenrum durch die, äh... Ja, durch diese Keller oder wie auch immer man das nennen mag. Macht auf jeden Fall extrem Bock. Skidrow sowieso die Definition von Run-and-Gun. Hat dann noch als, äh... Sherry on the Cake, äh... Hat es dann quasi noch den A-Spawn, wo Killstreaks richtig abgehen können. Gut, ich glaube über Terminal brauche ich nichts sagen. Ist eh eine absolut ikonische Map. Würde ich auch mal sagen. Ist so die MW2-Map schlechthin. Ähm... Trailer Park wurde oft ruiniert durch Noobtuber. Aber ich glaube, wie gesagt, die Community, die Map-Hacks gespielt hat, war eh nochmal eine viel, in Anführungszeichen, nervigere als die, die nie Map-Hacks... Die Casual-Leute, die die Map-Hacks nie gekauft haben. Aber an sich finde ich die vom Design, vom Look finde ich die cool. Vom Layout finde ich die cool. Und wie gesagt, Killstreaks können da auch Bock machen. Äh... Run-and-Gun kann da Bock machen. Favela, auch sehr geiles Map-Layout und extrem geiler Look auch. Ähm... Das war ja ursprünglich sogar als Code-4-Map, äh, geplant. Aber, ähm... Da frage ich mich, ob das quasi dann auch in diesem Favela-Style gewesen wäre. Weil Favela ist ja schon auf die MW2-Kampagne zugeschnitten. Hätte in Code-4 vom Stil irgendwie so ein bisschen, äh... Jetzt nicht so gepasst. Ist die Frage, ob sie da dann ursprünglich ein anderes Design im Background hatten. Scrapyard, auch eine klassische Three-Lane-Map, die extrem geil funktioniert. Wobei es eigentlich, da würde ich schon fast eher sagen Two-Lane. Weil, ähm... Ja, also sagen wir mal... Oder, ja, je nachdem wie kleinschrittig man das sieht. Also man hat schon mehrere Linien, in denen man laufen kann. Aber wirklich durch diese klassische Mitte zwischen den beiden Flugzeug-Wracks sind ja eher weniger Leute langgelaufen. Ähm... Ja, die hat auf jeden Fall Bock immer... Kleine Map, die konnte man sowohl in 666 als auch in Ground 4 gut spielen. Ähm... Subbase, ähm... Eine Map, die funktioniert in TDM. Fällt mir jetzt gerade einfach spontan ein. Extrem gut, weil sie da nur halb so groß ist quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob das Intended oder Unintended ist, aber abgesehen von dem Start-Spawn beim Matchbeginn, sind die ganzen TDM-Spawns nur in einer Hälfte der Map. In der Map, wo die Herrschaft C-Flagge ist, da wo das U-Boot auch liegt. Ähm, wobei es sind auf beiden Seiten, glaube ich, U-Boos... äh, U-Boote. Ähm... Aber die Seite, wo quasi auch dieser krasse Spawn-Trap-Spawn ist, von, äh... Wo die Sniper immer auch ihre ganzen Clips holen. Auf der Seite sind keine TDM-Spawns. Und sonst... Deswegen, sonst wäre das wahrscheinlich für TDM ein bisschen weitläufig. Aber so ist das für TDM auch extrem nice. Auch in 666-TDM. Und in Ground 4, wie gesagt, der C-Spawn ist geil. Ähm, der B-Spawn ist geil. In der Mitte bei B kann viel Action abgehen. Also... Die hat jetzt nicht so dieses klassische Layout. Also... Ja, ne, würde ich jetzt eigentlich nicht 3-Lane sagen, weil man da einfach kreuz und quer rennt. Aber, ähm... Ja, wie gesagt, trotzdem extrem nice. Zu Wacant habe ich ja schon, äh... Bei Call of Duty 4, glaube ich, auch was gesagt. Ähm... Also, dass es da ja meine absolute Lieblings-Map war. Die funktioniert in MW2 aus den gleichen Aspekten, warum sie auch in COD 4 funktioniert. Ähm... Wie gesagt, klar, Killstreaks, ähm... Können auf dem, äh... A-Spawn auch noch gut abgehen. Und, wie gesagt, bei B und C, äh... Äh... Geht gut Close-Combat-Action ab. Da kann man auch geil mit Shotguns spielen. Also, im Prinzip eine ähnliche Map. So vom Design. Also, na, sagen wir mal nicht vom Layout, aber vom Ablauf und den Vorzügen. Ähm... Von, äh... Ja, verglichen mit Skid Row. Äh... Selvage... Finde ich einfach einen originellen Look. Ähm... Auch kein klassisches Layout, ähm... Hat wirklich, äh... Sagen wir mal so, Defense-Spots. Also, sagen wir mal, wo... Theoretisch auch Camper hin könnten. Also, die Map... Aber man kann auch geil rushen durch die verschiedenen Wege an den Seiten und so. Also, die Map bietet einfach irgendwie für jeden was. Rundown, ähm... Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, wenn ich über jede Map jetzt was sage. Ähm... Ja, keine Ahnung, ich spare mir das jetzt mal einfach auf für die, ähm... Schlechten Maps noch, so die in der Mitte. Da werde ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil, äh... Ja, da... Gibt's ja einfach viel Pro und Contra. Ähm... Um mal jetzt zu den schlechten Maps zu kommen. Fuel. Einfach viel zu gigantisch. Und dann noch verwinkelt und groß. Also quasi wie Derail in noch größer. Und dann noch mit Objekten da drin. Also, ja, ähnliche Schwachpunkte wie Derail. Derail auch einfach viel zu groß. Karachi ist mir persönlich viel zu verwinkelt. Da fand ich, ich meine, weil ich in MW2 Wert auf Killstreak Action gelegt habe, fand ich Killstreaks einfach zu räudig. Ähm... Ja, und keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, so, okay, ja, gut, du magst auch das Run-and-Gun-off-Skidrow, aber dann spiele ich lieber Skidrow als Karachi. Karachi. Ich weiß auch nicht, weil Karachi hat auch nicht so diese klar definierten Hotspots. Also, es ist irgendwie, es findet überall immer so ein bisschen was statt. Es ist jetzt nicht so, ähm, konzentrierte Action. Das kann man positiv oder negativ sehen. Ich sehe das persönlich jetzt eher negativ. Bailout, ähm... Ja, war mir auch irgendwie... Ich weiß nicht, also, die erinnert mich schon wieder fast ein bisschen, äh... Also, auch entfernt, ne, jetzt nicht ganz so krass, aber entfernt an, äh, Cross und, äh, Cross, an Block und Crossfire aus Code 4. Also quasi mit so Häusern links und rechts in der Mitte, eine Straße, ähm, viele Leute campen in den Häusern, es wird viel genoob-tubed. Also, diese Map hatte für mich keinen Flow und vor allem auch nichts, wo ich jetzt sage, boah, das sticht raus, deswegen mag ich die Map. Also, ähm, ja, keine Ahnung, wie ihr das bei der Map seht. Äh, ja, Strike fand ich aus den gleichen Gründen blöd, die ich auch, äh, in, MW2 Scheiße, äh, in Code 4 Kacke fand. Das gleiche gilt für Wasteland, äh, Wasteland, Overground. Wie gesagt, und zu den Maps habe ich ja, glaube ich, eben schon ein bisschen was gesagt. Wie gesagt, Quarry fand ich ursprünglich mal besser. Mittlerweile finde ich die nicht mehr so cool. Ähm, Invasion, ja, auch irgendwie, vielleicht ist, kommt bei Invasion auch so ein bisschen Frust mit, dass das die einzige, äh, MW2 Main-Game-Map ist, auf der ich nie 100 Kills geschafft habe in Domination. Ähm, wobei, ne, D-Rail auch nicht, aber D-Rail, da hatte ich 97 und ein Nuke, die ich nicht mehr zünden konnte bei, äh, Invasion war, glaube ich, das höchste der Gefühle. Oder allgemein 92 Kills. Ähm, gut, deswegen, das war's soweit dazu. Mit dem Ranking bin ich, äh, d'accord. Das kann ich so stehen lassen. Ähm, wie gesagt, kein Ranking innerhalb der Tierstufen, aber schon quasi Note 1 bis 5, wenn man so sehen möchte. Und, ja, ihr könnt ja mal euer Ranking in die Kommentare schreiben oder die Punkte, in denen ihr mir zustimmt, in denen ihr mir widersprecht. Und das war's soweit, wir hören uns im nächsten Ranking-Video. Bis dann, haut rein!